Moin, herzlich willkommen bei diesem Video. Heute gibt es wieder ein kleines Ausrüstungsvideo von mir und zwar möchte ich euch heute meine Top 5 der besten Outdoor, Abenteuer und Buschkraft Gegenstände für 2023 vorstellen. Wenn ihr also Bock habt und wissen wollt, welche Gegenstände das sind, dann bleibt dran. Eins vorweg, die Ausrüstungsgegenstände, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, die habe ich mir alle selber gekauft. Bedeutet, ich bin nicht gesponsert und ich zeige euch diese Ausrüstungsgegenstände, weil ich persönlich die Teile einfach total cool finde und entsprechend positive Erfahrungen damit gesammelt habe. Ja und diese Erfahrung, die möchte ich gerne mit euch teilen. So kommen wir direkt zu Gegenstand Nummer 1. Das ist dieses gute Stück hier und zwar haben wir hier die Buschbox. Viele von euch kennen das Teil bestimmt oder haben vielleicht sogar selber eine Buschbox in Gebrauch. Ich habe das Ding jetzt seit circa einem halben Jahr und bin absolut begeistert von diesem Gegenstand hier. Ja, was ist die Buschbox genau? Die Buschbox ist so ein klassischer Hobo- oder Outdoor-Kocher. Ja, zu vergleichen, ja gut, mit einem Drangia jetzt vielleicht eher nicht. Ich meine klar, man kann das auch als Spirituskocher benutzen, aber der Fokus liegt hier ganz klar auf Kochen beziehungsweise auf Anfeuern mit Holz. Packen wir das gute Stück einfach mal aus. Zwei Handgriffe und das Teil steht. Einmal aufgeklappt, dann noch hier den Boden runter gedrückt und schon steht die Buschbox. Ja, von den Maßen her ist so ungefähr 21, 22 cm auf 17 cm. Also habt ihr ja gesehen, auch hier in der Verpackung, das nimmt so gut wie keinen Platz weg im Rucksack. Wiegt ungefähr 800 Gramm. Okay, das ist jetzt nicht gerade wenig, das ist schon relativ viel, ja, aber einfach durch das flache Packmaß, finde ich, macht es das hohe Gewicht, also für mich persönlich, wirklich wieder Wett auf jeden Fall. Ja, wenn das Ding eingepackt ist, ihr stopft das irgendwo im Rucksack zwischen die Isomatte oder irgendwo hin, also die BW-Isomatte, stopft ihr das einfach zwischen rein und das nimmt so gut wie gar keinen Platz weg. Also von daher schon mal absolut top vom Packmaß her und von der Funktion habt ihr gesehen, ein, zwei, drei Handgriffe und ja, das Ding steht. Genauso schnell habt ihr das mal wieder auseinander gebaut, einfach den Boden hier unten hochgeklappt und dann, sofern der nicht wieder runterfällt wie jetzt gerade, drückt ihr das Ding einfach hier zusammen. Und das war es dann auch schon wieder und schon könnt ihr das Teil wieder einpacken. Also wirklich absolut easygoing die Benutzung von dem Teil. Wie man früher bei der Bundeswehr gesagt hat, es ist absolut soldatensicher. Und dann haben wir hier noch einen Rost dabei. Ja, der sieht jetzt noch sehr, sehr sauber aus bei mir. Ich habe ihn noch nicht wirklich benutzt. Dann könnt ihr einfach hier oben drauflegen und dann könnt ihr euch hier oben Würstchen grillen oder was auch immer. Ja, dazu haben wir aber auch noch hier diese, ähm, diese Topfauflagen dabei. Ja, die könnt ihr hier einfach einhängen. Einhängen, da gibt es mehrere verschiedene Ankerpunkte, Ankerpunkte, schwieriges Wort, wo ihr das einhängen könnt und könnt dann auch hier eine Pfanne draufstellen, einen Topf draufstellen oder auch direkt mal eine Wurst oder irgendwas oben drauflegen oder falls ihr Vegetarier seid, eine Zucchini oder was auch immer, wo drauf ihr gerade Bock habt. Und ja, das finde ich einfach vom Prinzip her ziemlich cool. Es ist halt wirklich alles einfach und vor allem die Teile. Also es ist wirklich, es ist absolut robust, das Ding vor allem. Und klar, der Fokus hier drauf liegt natürlich bei der Befeuerung mit Holz. Das ist ganz klar. Ihr braucht da wirklich nicht viel für. Da schicken schon wirklich so ganz kleine, äh, ja, Schnitzel und dann ganz kleine Stöckchen oder irgendwas. Die macht ihr hier rein. Und ja, macht euch da ein kleines Feuerchen an. Es sei also somit nicht darauf angewiesen, irgendwo ein großes, äh, Feuer zu entzünden. Und von daher auch absoluter Pluspunkt für dieses Teil. Ja, die, äh, Asche, das ist euch mal zu zeigen, ja, die kann halt wirklich nicht, äh, auf den Boden hier unten fallen. Also auf den Waldboden, weil ihr habt hier unten wirklich eben diesen, äh, diesen, ja, diesen Schutzboden hier drin, der hier nochmal über, über diesem, äh, Boden mit den Löchern hier liegt, wo halt dann wirklich schön die, die Glut hier unten drauf hält und eben nicht direkt, äh, auf dem Waldboden landet. Klar, natürlich stelle ich das Ding jetzt auch nicht, äh, einfach, äh, mitten im Wald und Hurra, ich hab ne Buschbox, ich mach jetzt im Wald Feuer. Nein, das, äh, will ich damit nicht sagen. Aber es ist natürlich schon, äh, sicherer als ein offenes Feuer. Das ist, das ist ganz klar. Ja, ja, was kann ich mit dem Teil noch machen, ähm, ich kann genauso gut, äh, das Ding mit einem Spirituskocher befeuern, was ich mit einem Dragia oder von Espit oder was ihr auch da habt, ne, das stellt ihr einfach, äh, hier unten rein. Ist sogar auch ein bisschen windgeschützt, hier durch die, durch die Konstruktion. Und von daher ist das, äh, auch überhaupt gar kein Problem. Also könnt ihr auch ganz normal als Spirituskocher nutzen. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von dem Teil. Also es ist wirklich toll, wenn ihr das Ding abends anfeuert, habt dann da eure Glut drin und guckt hier in euch, dass das kleine, äh, Fenster hier rein, wie die Glut langsam runterbrennt. Also besser als Fernsehgucken. Also ich find's, find's richtig, richtig cool, das Teil. Ich, ähm, kenne es schon relativ lange, aber muss ich ganz ehrlich sagen, es war mir zu teuer bisher. Also es kostet gute 100 Euro in dieser Edelstahl-Variante hier. Gibt's auch noch in einer leichteren Version, da kostet's, glaube ich, 120. Ist dann, meine ich, aus Alu. Ich bin mir grad nicht sicher, ich blende es euch hier ein. Aber ich finde, es ist den Preis wirklich absolut wert. Also ich kann euch das Ding wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ich find's klasse. Also, äh, Buschbox. Ganz klare Empfehlung von mir. Daumen hoch. So, kommen wir zum Gegenstand Nummer 2. Das ist dieses Tarp. Das ist das Super Tarp von der Firma Helikon. In der Variante Pencourt Wildwood. Das ist hier dieses Camouflagemuster, dieses Tarnmuster. Ähm, ich hab das Tarp seit, ähm, noch nicht so lange, seit knapp zwei Monaten. Aber, es hat schon wirklich einen Härtetest hinter sich. Ja, dieses Tarp, das hatte ich mit in Schweden, auf meiner Schwedentour. Also, wir waren da acht Tage lang auf einer Insel, Wind und Wetter ausgesetzt. Und da hat sich dieses Tarp wirklich sehr, sehr gut bewährt. Ihr könnt gerne mal in das Video hier reinschauen. Und bin absolut begeistert von dem Ding. So, zum Vergleich. Wir hatten ein günstiges Tarp dabei. So, Kategorie 20, 30 Euro. Das hat es am zweiten Tag direkt zerrissen. Und dieses Tarp, das hat wirklich acht Tage lang dem Wetter gedrotzt. Also, da hat richtig der Wind dran gerissen. Es hat geregnet, mehr als 24 Stunden am Stück. Und, also, da ist keine Nässe durchgekommen, wirklich gar nichts. Also, echt absolut begeistert von dem Ding. Wir schauen mal rein. Ihr habt hier noch so einen kleinen Packsack dabei. Gut, da habe ich jetzt ein paar Heringe drin. Die sind allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Also, hier könnt ihr das Tarp auch reinpacken. Spare ich mir, weil ich lege das jetzt nicht irgendwie fein säuberlich zusammen. Habe ich noch nie gemacht. Bin damit immer gut gefahren. Und dafür ist dieser Packsack hier, beziehungsweise dieser Tragesack, wirklich sehr, sehr gut geeignet. Hat hier unten so einen Netzboden. Das heißt, selbst wenn ihr das Ding nass hier reinmacht, kann es trotzdem ein bisschen trocknen. Und ihr müsst da keine Angst haben, dass euch das schimmelt oder sonst irgendwas. Da könnt ihr hier mit den Schlaufen ganz einfach an eurem Rucksack befestigen. Und deswegen allein hier diese Tragetasche schon mal sehr, sehr cool, wie ich finde. Und da stopfe ich das Ding einfach rein. Und dann passt das. Ja, zur Verarbeitung. Also hier die Nähte von dem Teil. Also wirklich absolut top, wenn man das mit den anderen Nähten von diesem günstigen Tarp vergleicht. Also hier war wirklich richtig, richtig Zug drauf. Klar, wenn ihr jetzt hier dran zieht, dann geben die Nähte hier so ein bisschen nach. Also dann könnt ihr dann hier durchgucken. Aber das ist einfach aufgrund der Konstruktion so. Also das ist schon richtig. Das soll so sein. Also da braucht ihr keine Angst zu haben. Also echt, hier war wirklich richtig, richtig Druck drauf. Und es hat komplette acht Tage lang ohne Probleme gehalten. Also wirklich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja, hier diese Schlaufen. Da habt ihr wirklich einige an diesem Tarp. Ich habe die genaue Anzahl gerade nicht präsent, aber ich blende euch das hier oder hier. Blende ich euch das ein. Also da habt ihr echt alle Möglichkeiten der Befestigung. Ja, vom klassischen A-Frame, ja, aber irgendein niedriges Bodensetup oder was auch immer. Also ihr habt echt richtig, richtig viele Möglichkeiten mit dem Ding. Ja, auch hier rundum die Nähte hier an der Seite. Ja, auch da gab es wirklich überhaupt gar keinen Vergangen. Ja, in den acht Tagen, die ich das Ding jetzt wirklich im, ja, im harten Einsatz hatte, sage ich jetzt einfach mal so. Ist hier wirklich nichts gerissen, nichts locker geworden oder sonst irgendwas. Und deswegen bin ich absolut, ja, begeistert von diesem Tarp. Auch wenn ich es noch nicht so lange habe, möchte ich euch das Teil trotzdem empfehlen. Ja, weil es uns eben oder mich in dem Falle wirklich durch unseren Inselaufenthalt trockenen Fußes gebracht hat. Und deswegen ist es wirklich in zwei Monaten zu einem meiner Lieblingsgegenstände 2023 geworden. Ja, Kostenfaktor. Also den kostet, also in dieser Variante hier, in diesem Tantdruck, in diesem Pencourt Wildwood, kostet so zwischen 69 und 79 Euro ungefähr. Ist natürlich nicht ganz billig. Mag man jetzt darüber streiten, ob es den Preis wert ist. Also es ist schon relativ hochpreisig. Aber ich für meinen Teil kann sagen, ja, es ist den Preis auf jeden Fall wert. Klar müsste man jetzt nochmal irgendwie in einem Langzeittest gucken. Aber, wie gesagt, es gibt andere Taps, die geben nach zwei Tagen auf. Und von daher war für mich der Preis absolut gerechtfertigt. Ich meine, klar, ihr dürft jetzt hier nicht erwarten, dass ihr jetzt hier so eine dicke, robuste Militärzeltbahn oder irgendwas habt. Also das ist hier so ein Nylon-Ripstop-Gewebe. Also wenn ihr das in die Sonne haltet, müsste man eigentlich sehen können, dann könnt ihr da durchgucken. Also das ist, das Material ist nicht besonders dick, aber es ist reißfest. Es ist reißfest. Ich blende euch mal ein, wie der Wind daran gezogen hat. Also das war schon echt richtig, 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 richtig heftig auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist halt dünn, aber dennoch wasserdicht zu 100%. Also das kann ich euch absolut bestätigen. Es ist wirklich absolut wasserdicht. Ja, das gibt es noch in einer anderen Variante. Das gibt es auch noch in dem Woodland-Tarn. Da ist es ein bisschen günstiger. Das kostet dann so um die 50 Euro. Kann ich euch auch empfehlen, das Ding. Das hatte der Eike dabei, der mit mir auf der Insel war. Und das hat auch wirklich sehr, sehr gut gehalten. Also hier das Helikon SuperTarp von mir. Absolute Empfehlung. Einer meiner Lieblingsgegenstände in diesem Jahr. So, kommen wir zu Gegenstand Nr. 3. Das ist dieses Messer hier. Und zwar handelt es sich hier um das Schnitzel 3 von der Firma Schnitzel. Ja, das ist ein klassisches Outdoor- und Buschkraftmesser. Als positiver Nebeneffekt kommt hier noch hinzu. Es ist komplett § 42a-konform. Da die Klinge kürzer als 12 cm ist. Das bedeutet, ihr dürft hier dieses Schnitzel in Deutschland komplett legal führen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, ich mag dieses Messer, weil ich, ist individuelle Geschichte, ja. Aber ich persönlich, ich stehe halt einfach total auf diesen etwas taktischeren Look von dem Teil. Ja, der Griff, oder die Griffschalen hier, das ist so ein G10-Kunststoff. Ja, in der Variante hier eben in so einem, ja, eher taktisch gehaltenen Oliv. Und auch hier die Klinge, ja, eben geschwärzt. Gut, klar, die ist jetzt schon eine ganze Zeit im Einsatz. Also, ihr seht es ja hier, die bleibt jetzt nicht, ja, wunderschön schwarz, wenn ihr das Ding ein paar Mal benutzt. Klar, das kriegt halt Gebrauchsspuren. Aber ich finde, das, das gibt so ein Messer ohnehin, ja, irgendwo Charakter. Von daher, ich finde das total cool. Ich bin ohnehin ein Verfechter von so Vintage- oder Used-Looks. Und von daher in Kombination mit dieser schwarzen Klinge hier. Ich persönlich, ich finde es total cool. Ja, das ist so ein klassisches Full-Tang-Messer. Bedeutet, das Messer, beziehungsweise es ist ein durchgängiger Stahl. Ja, von der Klinge hier bis zum Erl ist es aus einem Stück Stahl geschmiedet. Ja, somit sehr, sehr robust. Ihr habt halt hier nicht die Gefahr, dass euch hier irgendwie die Klinge abbricht, wenn ihr irgendwie mal so ein paar kleine, kleinere Brecharbeiten hier oder irgendwas damit macht. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, Stahl, das besteht aus so einem Skandvik-Stahl. Also ich bin da jetzt, hat es ja in meinen vorherigen Videos auch schon gesagt, ich habe das Messer ja auch schon mal getestet. Ja, Link gibt es hier oben. Aber ich bin von diesem Stahl absolut überzeugt. Es lässt sich sehr, sehr gut nachschärfen. Ja, es dauert auch relativ lange, bis es stumpf wird oder bis es ein wenig stumpf wird. Also das ist nach wie vor wirklich sehr, sehr scharf, dieses Teil. Da gibt es wirklich überhaupt gar nichts zu meckern. Ja, wir haben hier eine Klingenstärke von drei Millimetern. Ja, da gibt es natürlich Messer, da ist die Klinge wesentlich dicker. Ja, einige von Wolfgangs zum Beispiel oder wie es jetzt heißt, Odenwolf, wie da das Ambulo oder das Lupus, die sind halt nochmal ein bisschen dicker. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Schnitzel hier wirklich absolut robust. Also ich bin echt sehr, sehr begeistert davon. Hier am Griff habt ihr hier so Kettenblatt-Schrauben. Also die sind, die haben so wie so ein Flash-Tunnel. Also die gehen einmal komplett hier durch den Griff durch. Ja, könnt ihr zur Not auch noch irgendwie was mit befestigende Schnur durchführen oder was auch immer. Ich persönlich finde es total cool. Könnt ihr mit einem normalen Sechskant, also mit so einem Inbusschlüssel, könnt ihr die lösen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und könnt dann auch andere Griffschalen hier dran machen oder könnt euch die anders lackieren, wie auch immer. Ja, hier oben haben wir noch so einen Gymping drauf. Also so einen Schutz, damit euer Daumen guten Halt auf der Klinge hat, damit ihr da beim Schnitzen oder Ähnlichem nicht abrutschen könnt. Ja, finde ich auch nicht verkehrt. Hier habt ihr auch nochmal so einen Schutz hier unten, dass euch hier der Zeigefinger nicht auf die Klinge rutschen kann. Also das ist auch sehr, sehr durchdacht, dieses Teil. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Ja, es kommt hier mit einer Kydex-Scheide. Die habe ich allerdings schon ein bisschen modifiziert. Also ich habe mir hier direkt eine Halterung drauf gebaut. Einfach hier zwei Kabelbinder dran gemacht und hier so eine Molle-Schlaufe. Und da habe ich mir hier den Schleifstein direkt da reingemacht, dass ich den immer dabei habe. Das ist ein Felco-Schleifstein. Also die Links gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Und somit habt ihr halt wirklich immer was dabei, womit ihr euch die Klinge mal kurz nachziehen könnt. Also das ist hier mit diesem Felco überhaupt gar kein Thema. Ja, so habe ich das Teil direkt hier an der Scheide dran. Dann habe ich mir hier unten noch einen Karabiner dran gebaut. Also da ist jetzt kein zusätzliches Loch oder irgendwas reingebohrt. Hier sind wirklich genug Löcher drin und einfach eine Schraube durchgemacht. Hier mit so einem Schrumpfschlauch drüber gemacht, damit es ein bisschen schöner aussieht halt einfach nur. Und so habe ich die Möglichkeit, mir hier das Messer direkt irgendwo einfach mal einzuhängen an einem Baum oder so. Also, jo, dann haben wir noch hier das Tech-Lock dran. Kommt allerdings nicht, also ist im eigentlichen Lieferumfang nicht mit drin. Dafür habt ihr hier aber so einen Dengler dabei. Ich persönlich mag aber einfach diese Tech-Locks. Ist aber bei dem Messer auch kein Thema. Also es ist ja jetzt nicht absolut riesig. Das heißt, ihr könnt das auch bequem mit dem Tech-Lock hier an der Seite tragen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, also ich bin absoluter Fan von diesem Messer. Es war mit in Schweden. Es war schon mit auf der ein oder anderen Kajaktour oder auf der ein oder anderen Buschcraft-Tour. Und ich habe schon mal ein Speer da rausgebaut. Also es ist wirklich sehr, sehr robust. Also absolut top, dieses Teil. Das Einzige, was ich jetzt hier dran bemängeln könnte, und zwar hat es hier oben... Die Griffschalen, die sind halt auf einer Linie mit dem eigentlichen Stahl. Das heißt, wenn ihr jetzt hier irgendwie mal mit der Achse oder mit irgendwas draufklopft, lauft ihr halt Gefahr, dass ihr hier die Griffschalen beschädigt. Das ist aber auch jetzt so das Einzige, was ich jetzt hier als negatives zu diesem Messer sagen kann. Und deswegen das Schnitzeltrie, einer meiner absoluten Lieblingsgegenstände, kostet ungefähr 65 bis 75 Euro. Also es ist jetzt auch nicht so teuer. Und für das Geld kriegt ihr wirklich ein absolutes Top-Buschcraft-Messer. Und deswegen hier ganz klare Empfehlung und absoluter Lieblingsgegenstand. So, kommen wir zum Gegenstand Nummero 4. Das ist die Amazonas Ultralight Mosquito Traveller-Hängematte. Ja, bei mir seit ungefähr drei Jahren im Einsatz. Ich bin absolut begeistert von diesem Teil. Ja, ich habe euch ja die schon mal ausführlich in meinem letzten Ausrüstungsvideo vorgestellt. Ja, schaut da gerne mal rein. Aber ich hatte auch diese Hängematte jetzt mit auf meinem Schwedentrip. Habe acht Tage lang am Stück in dem Ding geschlafen. Und also diese Reise, beziehungsweise die Tage in dieser Hängematte, die haben mich jetzt wirklich zum absoluten Hängematten-Schläfer gemacht. Also ich hatte da echt ein bisschen Bedenken, so acht Tage in der Hängematte. Aber es war wirklich richtig, richtig gut und vor allem richtig, richtig bequem. In diese Hängematte hier könnt ihr eine Isomatte unten mit einschieben. Die hat so ein Einschubfach. Ja, und gerade mit so einer Isomatte da drin hat natürlich A den Vorteil, von unten kommt weniger Kälte rein und es ist einfach nur verdammt bequem. Also ich habe richtig, richtig gut geschlafen in dem Ding in Kombination mit Isomatte. Richtig, richtig gut. Ja, das Ding hat so ein Packmaß von ungefähr 25 auf knapp 10 Zentimeter. Wiegt 600 Gramm, also auch nicht besonders schwer. Ist echt ein Leichtgewicht. Ja, das habt ihr irgendwo unten im Rucksack verstaut. Die ist auch noch wirklich, könnt ihr auch noch zusammenpressen. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Ist wirklich sehr, sehr schnell aufgebaut. Das dauert keine zwei Minuten, dann hängt das Ding. Der einzige in Anführungsstrichen Nachteil, ihr habt diese Baumschutzgurte hier. Die habt ihr allerdings nicht im Lieferumfang enthalten. Die müsst ihr separat kaufen. Aber ich finde das Prinzip auch einfach richtig, richtig gut von den Dingern. Einfach hier um den Baum rum, zack hier, lasche durch. Und dann habt ihr hier einen Gurt, den ihr richtig schön und vor allem schnell verstellen könnt. Das ist hier so ein Schnellverstellungssystem oder wie immer man das nennt. Also ich bin absolut begeistert davon. Wie gesagt, die kosten halt nochmal ein paar Mark extra. Aber für mich hat sich das gelohnt. Die Hängematte, ja, die liegt ungefähr so, je nachdem wann und wo ihr sie kauft, so zwischen 80 und 100 Euro. Aber wie gesagt, seit drei Jahren kein Vergangen da dran. Gut, mir ist schon mal das Fliegennetz so ein bisschen gerissen, weil ich mal einen Überschlag gemacht habe mit dem Teil. Ja, aber das konnte man ganz einfach wieder nähen. Und das war ja in Anführungsstrichen jetzt nicht die Schuld der Hängematte, sondern meine. Aber ansonsten an dem Teil absolut kein Vergangen dran. Ja, ich bin natürlich auch kein Leichtgewicht. Ich habe auch gute 100 Kilo, aber bis 200 Kilo ist das mit dieser Hängematte hier überhaupt gar kein Thema. Ja, das Material, das ist hier so ein Ripstop-Nylon-Gewebe. Und vor allem auch von der Verpackung her. Ja, gut, ihr habt da jetzt noch, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr das in den Rucksack macht und das nochmal ein bisschen knautscht. Nicht, dass ihr euch dann hier diese Stäbe hier kaputt macht. Ja, die sind dazu, um das Fliegennetz nachher zu spannen. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber die sind auch sehr, sehr elastisch. Ja, wie gesagt, hier das Material von der Hängematte. Das ist so ein Nylon-Ripstop-Gewebe. Also auch wirklich sehr, sehr robust. Und die hat schon echt einiges mitgemacht in den drei Jahren, wo ich sie jetzt habe. Aber echt absolut robust. Ja, hier, das ist dieser Mückenschleier. Der ist auch richtig schön engmaschig. Also ich hatte da selbst in Schweden keine Probleme, dass da irgendwie diese kleinen Griebelmücken oder irgendwas. Also da ist nichts durchgekommen. Das ist wirklich wunderbar. Und von der Größe her, die ist 2, muss ich gucken, 2,70 mal 1,40. Also für mich mit 1,86 ist das von der Größe her wirklich optimal. Also ich habe sehr, sehr bequem da drin gelegen. Ihr könnt euch da auch ein bisschen schräg reinlegen in diese Hängematte. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und deswegen auch von mir absolute Empfehlung. Das Einzige, was ich euch empfehlen kann in Kombination, wenn ihr in skandinavische Länder fahrt, wie jetzt zum Beispiel in unserem Falle Schweden oder so, dann besorgt euch unbedingt noch ein Underkill für diese Hängematte. Aber wenn es wirklich sehr, sehr windig ist und gerade der Wind von der Seite kommt, der Wind, der geht euch auf jeden Fall durch. Aber das ist klar. Es ist halt nur wirklich dünnes Gewebe. Ja, Nässebeständigkeit. Klar, wenn sie nass ist, ist sie nass. Aber sie trocknet auch relativ schnell wieder. Und von daher, ja, einer meiner absoluten Lieblingsgegenstände geworden. Und deswegen Amazonas, ich kann mir diesen Namen immer nicht merken, der ist so lang. Amazonas Mosquito Traveler Ultralight. So ist es richtig. Ich kann euch das Ding empfehlen. Ist sein Geld wert. Und deswegen einer meiner Lieblingsgegenstände. So, kommen wir zu Gegenstand Nummer 5. Und zwar ist das dieser Rucksack hier. Ja, das ist der Munro von der Firma Berghaus. Das ist noch das alte Modell. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, einen Munro 2 oder ich glaube sogar auch schon einen 3. Aber das ist tatsächlich noch der erste. Ja, das ist so ein Militärrucksack. Der ist seit den 90er Jahren, ist der schon bei diversen Armeen weltweit im Einsatz. Unter anderem eben auch bei der Bundeswehr. Und was ihr hier nicht erwarten dürft von diesem Teil, dass das irgendwie, ja, keine Ahnung, also der hat jetzt hier kein Hightech-Tragesystem oder irgendwie einen super gepolsterten Rücken oder was auch immer. Nein, das ist wirklich ein absolut zweckmäßiger, einfacher Rucksack. Ja, der hat ein Fassungsvermögen von 35 Litern. Aber, jetzt kommt das große Aber, ihr habt halt hier noch die Möglichkeit, einfach hier an der Seite mit den Spannriemen hier noch jede Menge dran zu befestigen. Also hier könnt ihr locker ein Zelt dran machen oder in meinem Fall, ich mache da eigentlich immer ein Kamerastativ dran oder ein Wasserfilter oder was auch immer. Also 35 Liter, das könnt ihr sogar fast noch verdoppeln. Also wenn ihr das wollt, könnt ihr mit diesem Teil auch, ja, was weiß ich, 20, 25 Kilo transportieren. Wird allerdings schwierig. Es geht, überhaupt keine Frage. Aber, wie ich schon sagte, es ist halt jetzt wirklich kein Hightech-Rucksack. Ja, hier die Trageriemen. Er hat jetzt hier zum Beispiel auch keinen Brustgurt oder auch keine Lastenkontrollriemen oder irgendwas. Aber will dieser Rucksack gar nicht haben und braucht er auch nicht. Ja, für das, was er sein will und was er auch ist, ist das Ding wirklich perfekt. Ja, das ist einfach ein leichter, unkomplizierter Rucksack. Ich habe den total gerne dabei. Also ich habe den seit vier, fünf, sechs Jahren. Also ich habe den schon wirklich sehr, sehr lange. Und da ist absolut nichts mit. Also hier ist nichts gerissen, hier ist keine Naht aufgegangen oder irgendwas abgerissen oder weiß der Geier. Also das Ding ist wirklich an Robustheit absolut nicht zu übertreffen in meinen Augen. Ja, ihr habt hier oben ein Reißverschlussfach, wo ihr irgendwas reinmachen könnt. Und das war's. Also mehr Gadgets in Anführungsstrichen hat das Teil nicht. Und gerade das macht diesen Rucksack für mich eigentlich so genial. Okay, gut, klar. Hier kann man jetzt noch sagen, er hat jetzt hier noch, ja, hier die elastischen Riemen hier, wo man noch irgendwas reinklemmen kann. Klar, hier unten hat er noch Schlaufen, ja, wo man auch noch was befestigen kann. Er hat einen, äh, einen Hüftgurt. Und also von daher, ihr braucht zumindest keine Angst zu haben, dass euch das Ding irgendwo am Rücken schlackert oder so, weil er jetzt eben keinen Brustgurt hat. Nee, wenn ihr den Hüftgurt richtig schön zuzieht, ist das überhaupt gar kein Thema. Also damit kann man auch durchaus joggen gehen, wenn der voll ist. Also ich hab da so meistens so um die 10, 12 Kilo drin. Und das ist dann auch noch wirklich bequem, muss ich sagen. Und obwohl hier keine großen Polsterungen drin sind. Ich mein, klar, hier ist auch so Schaumstoff drin. Also die schneiden jetzt nicht in die Schulter ein oder so, da braucht er keine Angst zu haben. Wie gesagt, so 10, 12 Kilo, ähm, ist gar kein Thema. Kann man mit diesem Rucksack wirklich absolut easy going transportieren. Ja, er hat sogar hier, äh, im Rückenfach, ja, ist hier sogar so ein, äh, so ein Polster drin. Also das ist auch relativ bequem. Er hat hier, ja gut, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, vielleicht kriege ich es hier ein bisschen, ein bisschen rausgebogen. Ja, hier müsste man es eigentlich sehen können. Der hat halt hier so ein, äh, so ein Alu-Rahmen. Also der ist auch, äh, biegsam. Und deswegen, der ist eigentlich wirklich so gut wie unkaputtbar, dieser Rucksack. Also dafür, dass ich den jetzt echt schon so lange Zeit im Einsatz habe und da nichts dran ist, gehört er zu meinen absoluten Lieblingsgegenständen. Es gibt diesen Rucksack, ist, glaube ich, die neuere Variante. Den gibt es auch noch mit so einer, äh, mit so einer IR-Beschichtung. Also sprich, äh, für Militärgebrauch, dass ihr da durch, äh, durch Infrarot oder irgendwas nicht, äh, nicht aufgeklärt werden könnt. Und hat der jetzt hier meines Wissens nach nicht, aber es sei es darum, braucht man als Buschkrafter oder als, äh, als, äh, ja, Waldläufer oder was auch immer. Jetzt nicht unbedingt, aber ihr habt es mal gehört, den gibt es eben auch in so einer Variante. Ja, ich finde das Ding richtig cool. Hat keinen unnötigen Schnickschnack. Und deswegen, äh, absoluter Lieblingsgegenstand von mir. Kostenfaktor. Ist nicht so unheimlich günstig für ein Produkt, was es schon seit 40 Jahren gibt. Aber ich habe den Gebrauch gekauft damals für 50, 60 Euro oder so. Und das ist der Lockerwert. Der kostet neu 80 bis 100, kommt drauf an, wo ihr den kauft. Aber, Berghaus Munro, absoluter Top-Rucksack. Absoluter Empfehlung. Das waren meine Top 5 der besten Outdoor- und Buschkraftgegenstände für 2023. Ich hoffe, es war auch der ein oder andere Gegenstand für euch dabei. Und falls ihr Bock habt auf weitere Ausrüstungsvideos, schaut gerne mal hier in die Playlist rein. Und ansonsten, ich bedanke mich bei euch recht herzlich, dass ihr wieder dabei wart. Und würde mich freuen, euch im nächsten Video zu sehen. Also bis dahin, macht's gut. Und dann, ich bedanke mich bei euch.